Hallo meine Damen und Herren, es ist Luca und herzlich Willkommen hier heute zu einem Klatschmach. Danke. Alles klar, alles klar. Ihr seht es bereits im Sinne eingeblendet und ihr seht es auch hier schon meine Damen und Herren. Wir haben uns ein Mystery Wheel bestellt, aka Glücksrad auf Deutsch. Also summa summarum juckt es eigentlich niemanden. Hier haben wir verschiedene Challenges draufgeschrieben, wie beispielsweise mit dem Finger beim anderen unter die Achseln dann den Finger ablecken oder hier beispielsweise Liegestütz machen oder beispielsweise einfach eine Backpfeife bekommen oder sich küssen. Küssen ist tatsächlich das einzige Positive von diesen ganzen Challenges. Wie man es nimmt, ne? Auf jeden Fall werden Jun und ich nun abwechselnd dieses Glücksrad hier drehen und das, was man quasi hier oben angezeigt bekommt, die Challenge muss man halt machen. Bates first. So pisser! Let's get the story! Oheeey! Mal schauen, wo die Juni drauf ist. Ein Löffel Ketchup! Das fand ich am aller ekelhaftesten. Das ist gar nicht schlimm, ich mag Ketchup. Ich mag Ketchup. Das hier nun natürlich durchgestrichen. Das heißt, wenn jemand das hier nun bekommen sollte, werden wir einfach nochmal drin und eine andere Challenge machen. Halt zum Maul. Ich drehe hier nun das Glücksrad, Freunde. Das heißt für mich als Challenge ist Liegestütz. Ach, zum Glück. Wie viele? Zehn. Zehn? 15. 15? Sorry übrigens, dass ich meine Hände so komisch hab, aber ich hab Blase an den Händen vom Kartfahren und es tut übel weh, wenn ich normal auf den Boden fasse. 11. Wir haben nur 20. 14. 15. Wir haben 15 gesagt. Hä? Fassig. Alter, das stimmt so weh an dieser Blase. Du hast erst 10 gesagt, dann hast du 15 gesagt und dann beim Machen hast du gesagt 20. Sag auch nicht, nachdem du einen Löffel gegessen hast, du musst auch vier andere essen. Jule ist wieder dran mit Reben, meine Damen und Herren. Und Jule hat Backfall. Okay, Freunde. Nächste Glücksrad-Challenge für mich ist mit einem Stuhl reden. Das ist so dumm. Das hat sich Jule überlegt. Du meintest, hey, wir produzieren eine Konversation mit einem Stuhl. Alles klar? Ja, bei mir auch. Was hast du heute so gemacht? Das würde ich ja nie machen. Ach, okay, dein Kumpel hat es nur gemacht. Okay, ich dachte jetzt... Du auch! Ach du Scheiße. Nee, das ist... Also bei mir ist es so, ich hab halt übelst Angst vor Enten. Ja. Nee, auch normal füttern. Mit Brot... Nee, von Brot kriegen Enten Durchfall. Ja. Ja, hab ich gelesen. Meine... Ja, meine Freundin ist eine Ente. Ja. Ja. Also du musst sie dann los... Ja, ja klar. Die haben ja Hunger. Ja. Okay. Ciao, Masu. Ja. Ich grüße sie, ja. Schöne Grüße vorm Stuhl. Okay. Sollen wir das eigentlich auch mal mit Fragen machen? Wir hatten überlegt, weil hier ja wirklich 14 freie Felder sind und wir haben auch so einen Schwamm da mitgeliefert bekommen, womit man das halt einfach irgendwie weg... Ja, vielleicht machen wir es auch nicht. Wir hatten überlegt, das Ganze mit Fragen zu machen. Also beispielsweise steht dann hier drauf, ja, was ist deine Curfting-Größe? Hallo, was ist deine Curfting-Größe? Schreibt doch in die Kommentare, ob wir das Ganze auch noch mit Fragen machen sollen. Vielleicht in der Woche oder so. Aber du musst erst mal drehen. Ohhhh. Nochmal drehen. Ohhhh. Nochmal drehen. Sag ich nicht sein scheiß ernst. 2000 Jahre später. Finger unter die Achseln und ablecken. Ne, das muss richtig. Ja. 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 Deo. Deo? Zum Glück hast du eben grad gedruckt. Ja, okay. Scheiße, das ist jetzt doof. Meine Damen und Herren, nächste Challenge für mich. Ich bin das gerade wenigstens richtig. So, Eiswürfel ins Oberteil. I love Eis. Am 13.10. zeige ich euch zum ersten Mal die Pizza. Die Luca Pizza ist so super. 15.10. Rewe, Edeka, überall in Deutschland. Halt's Maul. Das ist unser Kühlakku, was einfach steinhart ist. Ah! 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 Ey, du mixt! Ey, auf! Ah! Dude's turn. Turn. Genau. Wow. Peinliche Story. Uh! Dabei hab ich mir gedacht, dass derjenige, der das bekommt, diese Challenge, muss in seine Instagram-Story entweder ein peinliches Bild hauen oder sich zu irgendwas Peinlichem bekennen oder keine Ahnung was. Hey, Leute. Ich wollte ganz kurz sagen, dass ich das neue Video von Katja richtig cool finde. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Wenn Katja mal Lust hat, ein Video mit mir zu machen, dann kann sie mich auf jeden Fall mal kontaktieren. Da würde ich mich echt freuen. Ja, okay, Challenge bestanden. Die Jule lädt das jetzt gerade hoch und markiert auch noch die Katja. Also Leute, wenn ihr die Story sehen wollt, geht auf Jules Account. Hoffentlich ist sie dann noch online und Jule hat sie noch nicht gelöscht. Während Jule das Ganze allerdings macht, drehe ich mal direkt weiter. Und Boden! Boden ablecken. Wenn man so nah am Mond ist, sieht man das auch so ganz viele... Ich hab noch gar nicht angefangen! Oh, hi. Das war so richtig, das war so richtig sauer irgendwie. Jules nächste Challenge erwartet uns, liebe Freunde, das hatten wir schon, so, Jule muss natürlich normal sein, jetzt kann es natürlich ein bisschen länger dauern, das hatten wir auch schon, bis was drankommt, was wir noch nicht hatten und zwar Kopfhörer auf und laut singen. Krass. Klebestreifen auf Arm. War wieder so eine Jule-Idee. Geil, Alter. Geil. Du wirst mich so hassen, Männer. Alter. Zwei. Ah. Au. Du hast gar nicht so viel ab? Nee. Ah, es tut höllisch weh. Schon ein paar. Oh, es brennt aber. Ja, okay. Wie viele Haare sind da drauf? 50? Beim anderen Pumpeln. Und Essen? Nein. Das ist wirklich so eklig. Aber so ist das doch für mich viel ekliger als für dich, oder? Ey, das ist richtig ekelhaft für mich einfach nur. Au. Das finde ich doch nicht schön. Hör mal auf jetzt. Ja Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal bei eurer Freundin gepuppelt habt. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Oh! Nase Wäscheklammer für den Rest des Videos. Ja, ich bin dran. Ja, das muss ich jetzt für den Rest des Videos aufbehalten. Gesicht ablecken. Ach, das heißt, ich darf bei dir Gesicht ablecken jetzt. Wenn ich ja gerade die Wäscheklammer bekommen habe, meine Damen und Herren. Ja, aber es juckt ja nicht. Luke hat so eine Zunge. Der hat so viel Speichel in seinem Mund. Ah, ich kann nicht lachen, das tut voll weh. Der ist so ekelhaft, der leckt mich sowieso schon immer ab. Oh, mein Zunge ist geschwenkt. Auf meiner Zunge ist noch eine Mischung aus Bodenbelag und Make-up. Und Leute, wir haben tatsächlich nur noch Küssen übrig. Das einzige Positive ist das letzte, was wir machen müssen. Wieso bekomme ich denn jetzt noch eine Bestrafung? Das ist ein schönes Ende. Sieht man, dass mir jetzt schon aus der Nase läuft? Soll ich das jetzt mal abnehmen? Guck mal. Ist das rot? Nein, hier ist Patrick. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings noch beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like dabei. 50.000 Likes, wenn Jun und ich das Gleiche noch mal eventuell mit positiven und negativen Challenges machen. Oder mit Fragen, die wir dann beantworten müssen. Da könnt ihr uns auch gerne Sachen in die Kommentare schreiben. Meine Zunge schmeckt richtig ekelhaft gerade. Guck mal, Schools auf! Eier. Guck mal,еры werden wir jetzt nicht alleine ansehen wo? 70.000 Likes glamour Bis zum nächsten Mal.